Freunde, heute soll es mal unter anderem um Jadon Sancho gehen und um neue Pläne, die der BVB womöglich mit ihm haben könnte. Vorab lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da und wenn ihr neue seid, gebt euch einen Kick und abonniert den Kanal, um keine weiteren Fußball-Talks wie diese oder auch Prognosen mehr zu verpassen. So, in dem Sinne kommen wir jetzt aber auch direkt zum Thema, denn wie HITC berichtet, ehrlicherweise eine Quelle, die ich noch nicht so gut kenne, ist eine Quelle aus England, aber geben wir dem Ganzen auf jeden Fall mal eine Chance, denn das Gerücht, welches hier ins Spiel gebracht wird, erscheint aus meinen Augen gar nicht mal so unrealistisch. Hier wird unter anderem berichtet, dass der BVB Jadon Sancho auch in der kommenden Saison in den eigenen Reihen haben möchte. Und zwar strebt der BVB an, den 23-jährigen Engländer für eine weitere Saison von Manchester United auszuleihen und sich diesmal außerdem auch eine Kaufoption zu sichern. In der laufenden Saison muss man ja sagen, ist es so, dass der Winterneuzugang nicht wirklich an seine alten Leistungen anknüpfen kann. Was allerdings auch kein Wunder ist, denn er war ja wirklich sehr lange raus, war unter anderem länger suspendiert, hatte mit Depressionen zu kämpfen und ist bei United die letzten Jahre, ja, nur noch ein Schatten seiner selbst gewesen. Dass er jetzt total beim BVB einschlägt, war sowieso völlig unrealistisch. Gut, dass es jetzt so verläuft, wie es aktuell ist, das ist natürlich auch fast schon der Worst Case, wobei man zumindest noch sagen kann, Sancho hat eine Fitness, die solide ist, denn immerhin kann er viel Spielzeit sammeln. Und das ist ja zumindest schon mal ein kleiner positiver Aspekt. Nichtsdestotrotz muss Sancho auch erstmal wieder Selbstvertrauen sammeln und ein gewisses Selbstverständnis in seine eigenen Fähigkeiten wieder bekommen. Außerdem ist es auch so, dass die gesamte BVB-Mannschaft momentan nicht allzu gut performt, sodass es für einen Sancho in der Situation natürlich auch nicht allzu einfach ist. Insofern muss man hier in der Bewertung auch sein. Klar, man kann darüber diskutieren, er sollte als Sofortverstärkung kommen und er hat keine Zeit, wir haben keine Zeit und so weiter. Ihr wisst Bescheid, was Terzic gesagt hat. Bis jetzt hat es, wie schon gesagt, nicht so gut geklappt, aber das kann ja noch kommen. Vor allem dann, wenn Sancho mehr Zeit beim BVB bekommt. Wahrscheinlich ist, dass er bis zum Ende der Saison bestimmt noch den einen oder anderen Schritt nach vorne machen wird, aber mit einer Explosion sollten wir nicht mehr rechnen. Manchester United will ja am liebsten Sancho sofort verkaufen im nächsten Sommer und das hat man den Spieler und Management wohl auch schon mitgeteilt. Nur muss man eben auch bedenken, dass Sancho sich definitiv nicht für höhere Aufgaben empfiehlt, zumindest gerade nicht, sodass man bei United momentan eigentlich nur davon träumen kann, eine sehr hohe Ablöse für Sancho zu kassieren. So sehe ich es zumindest. In den kommenden Wochen soll es jetzt so sein, dass zwischen United und den BVB Gespräche über die weitere Zukunft stattfinden werden. Bei United ist Sancho noch bis 2026 gebunden und ich sage mal so, entsprechend wäre natürlich eine Laie um eine weitere Saison definitiv im Bereich des Möglichen. Und ich finde auch, dass ein solcher Deal für beide Seiten Sinn machen kann. Zum einen auch für United, damit Sancho bei einem Verein ist, wo er ziemlich sicher regelmäßig weiter spielen wird und wo er mitunter die höchste Wahrscheinlichkeit hat, seinen Wert wieder zu steigern. Darüber hinaus ist es ja beim BVB so und das hat Kehl auch gesagt, dass man im Sommer nicht in der Lage sein wird, rein finanziell Sancho und Marzen fest zu verpflichten. Zum einen, weil Marzen wohl eine Ausstiegsklausel zwischen 35 und 40 Millionen Euro hat und die wird sich auch kaum drücken lassen, wenn Marzen gute Leistungen bringt. Und das ist ein Spieler, den der BVB in meinen Augen, wenn möglich, auf jeden Fall halten sollte und das auch deutlich eher als Sancho. Von daher muss hier auf jeden Fall der Fokus auf die Festverpflichtung liegen. Wenn man dann aber Sancho noch zusätzlich dazu haben möchte, dann wäre da tatsächlich nur eine Laie realistisch. Und mit einer Kaufoption hätte man dann die Möglichkeit, ihn dann ein Jahr später wieder fest an den BVB zu binden und gleichzeitig auch die beiden Ablösen auf zwei verschiedene Transferfenster zu verteilen. Und bei United ist es dann so, dass man ihn nicht für die kommende Saison komplett bezahlen muss, dass man keinen Spieler hat, der Stress macht. Und dass man nicht das Risiko eingeht, dass man ihn vielleicht nicht an einen anderen Verein los wird. Und die Kaufoption könnte man ja auch erfolgsabhängig staffeln. Je nachdem, wie gut sich Sancho in der kommenden Saison beim BVB präsentiert, kann die Summe dann höher oder niedriger ausfallen. Ich denke, das wäre fair und würde auch am Ende in eine Richtung führen, wo beide mit leben könnten. Jetzt kann man dann natürlich nicht wissen, wie eine solche Summe aussehen kann. Aber ich denke, wenn da was dran ist, dass der BVB hier nochmal eine Laie für eine weitere Saison anstrebt mit eben eine Kaufoption und man hat ja dann auch jetzt etwas mehr Zeit, das Ganze zu klären, dann wird man da schon eine Lösung finden. Im Winter war es ja so, dass man relativ schnell eine Einigung finden musste, sodass man auch nicht lange Zeit hatte, da irgendwie großartig rumzufalschen. Was das angeht, kann man ja jetzt schon beginnen. Und dann hat man ja noch einige Monate bis zum Sommer. Dennoch wird das Ganze nicht einfach sein, denn United hat eben damals 85 Millionen Euro für Sancho bezahlt und da ist ganz klar, dass man den Jungen nicht verschleudern wird. Man wird hier versuchen, das Maximale rauszuholen und das ist auch absolut verständlich. Ebenso ist und bleibt aber auch klar, dass United Sancho im Sommer nicht einfach irgendwo hinverkaufen kann. Das heißt, sollte jetzt irgendwie ein Klub aus Saudi-Arabien anklopfen und sagen, jo, wir zahlen 50 bis 60 Millionen und der Spieler stimmt nicht zu, dann bekommt United die 50, 60 Millionen nicht. Und das ist genau auch der Vorteil, den ich beim BVB sehe. Ich kann mir schon vorstellen, dass Sancho von sich aus gerne länger beim BVB bleiben würde und so müsste hier ein Entgegenkommen fast zwangsläufig passieren. Auch wenn der BVB hier mutmaßlich dann spätestens eine Saison später dennoch relativ tief in die Tasche greifen müsste. Sollte es in der kommenden Saison dann aber auch besser laufen, wäre es ein Sancho meiner Meinung nach aber auch wert. Ja, jetzt gerade wäre es nicht. Im Zweifel, wenn alle Stricke reißen, dann kommt es nicht zu einer Weiterbeschäftigung und dann ist es eben leider gescheitert. Aber das wäre dann auch ein Fall, von dem weder United noch der BVB noch Sancho profitieren würden. Das wäre eher der Worst Case für alle Beteiligten. Was auch ein Punkt ist, den ich hier mit reinbringen würde, ist der, dass im Sommer die Wahrscheinlichkeit immer höher wird, dass Marco Reus den Verein verlässt. Auch da berichtet jetzt Sky, dass die Tendenz dahin geht, den auslaufenden Vertrag mit der BVB-Legende nicht zu verlängern. Und es wird ziemlich sicher darauf hinauslaufen, dass der 28.000. Umbruch beim BVB stattfindet, sodass man da natürlich gucken muss, wie man den Kader denn zusammenstellt und im Idealfall so, dass man da in den kommenden Jahren immer wieder Nuancen verbessert. Und wenn ein Reus da beispielsweise nicht mehr auf der Gehaltsliste bleiben wird und ein Sancho dann seinen Platz einnimmt, dann wäre das in der Hinsicht, wie ich finde, die langfristigere Lösung. Und es verdichtet sich ja auch tatsächlich, dass Reus vielleicht wirklich nicht mehr beim BVB sein wird. Es gibt immer mehr Gerüchte darüber von verschiedenen Plattformen. Auch soll es wohl Interesse aus der MLS geben. Auch das könnte ja durchaus passen. Da muss man halt gucken, wie er es familiär macht. In jedem Fall soll es wohl so sein, dass Reus für sich noch kein Karriereende sieht. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga scheint jetzt erstmal nicht so wahrscheinlich. Vielleicht wäre da die MLS der klassische Schritt, wo man seine Karriere ausklingen lässt. Ich für meinen Teil bin und bleib weiterhin gespannt, wie der BVB den Transfersommer plant. Über den Begriff Umbruch kann man sich in der Hinsicht natürlich eigentlich fast nur lustig machen, weil man das irgendwie jede Saison beim BVB hört. Ist ja fast zum Running Gag geworden. Erinnert aber nichts daran, dass es im Sommer genauso kommen wird. Es wird einen Umbruch geben, ziemlich sicher einen größeren. Das wird einfach zwangsläufig passieren. In meinen Augen wird das wahrscheinlich sogar der richtungsweisendste Sommer seit locker 15 Jahren. Da kann richtig viel kaputt gehen. Es ist ja im vergangenen Sommer schon viel kaputt gegangen. Jetzt geht es darum zu korrigieren und ich bin da echt mal gespannt, welche Ideen man da so beim BVB verfolgt. Es wird ja auch noch interessant sein. Wer wird der neue Trainer? Wird es einen neuen Sportdirektor geben? Und so weiter. Da kann ja echt richtig viel passieren. Und wir werden hier selbstverständlich weiter auf dem Laufenden halten. Bis dahin habe ich euch wie immer meine neuesten Videos in der Endcard verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da. Und in dem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's wie immer besser und bleibt am Ball. Und da kann das ein bisschenetoer. Wir sehen uns beim nächsten Mal.